Ja, liebe Freunde, hier sind wir wieder. Noch einmal, ja, das ist der fünfte Punkt zu unserer Thematik über die Entrückung bzw. die Auferstehung. 1. Thessalonische Kapitel 4, Vers 13 bis 18, das dem Apostel Paulus offenbart worden ist. Und wir kommen heute zu den drei Befehlen im Moment der Auferstehung. Da heißt es ab Vers 16, denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, also mit Befehlsruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen und dann geschieht's. Die Toten in Christo werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Also zunächst einmal kommt es zu einem Befehlsruf. Ich glaube, dass dieser Befehlsruf vom Herrn selber kommt. Ich erinnere mich da zum Beispiel an den Jüngling, der da verstorben war und die Bahre, den Sarg brachte man sozusagen dem Herrn entgegen. Er traf darauf zu und dann sagt er in einem Befehlston, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Oder ich denke an Lazarus, nehmt den Stein weg. Und dieser Lazarus war schon vier Tage verstorben und Jesus befiehlt ihm und damit dem Tod, Lazarus, komm heraus, tot, lass ihn los. Das zweite, was geschieht, Stimme des Erzengels. Es gibt ja nur einen Erzengel in der Bibel, das ist der Michael und das Daniel-Buch erklärt uns zum Beispiel im Kapitel 12 des Daniel-Buches, dass dieser Erzengel für Israel da ist. Der erhebt seine Stimme. Warum? Weil jetzt findet die Entrückung der Gemeinde Jesus statt und jetzt ist er derjenige, der wieder für Israel einstehen muss. Und darum sehen wir ihn dann auch wieder in der Offenbarung, Kapitel 12, kämpfend für das jüdische Volk und die Posaune Gottes. Es heißt, als dritter Befehl die Posaune Gottes und in dem Moment, wo die Posaune Gottes erschallt, wird die Gemeinde von dieser Erde weggenommen. Dann wendet sich Gott, nämlich Israel wieder zu, mit dem Erzengel Michael und die Gerichte finden statt. Und zwar die apokalyptischen Gerichte, die uns im letzten Buch der Bibel geschildert werden. Denn Posaunen, das wissen wir aus der Bibel, unter anderem stehen diese ja auch für Kriegszüge. Ja, denken wir nur an Jericho, wo Posaunt wurde und dann brachen die Mauern zusammen. Also, der Herr kommt zurück und wir warten und wir beten, dass dieser Befehl bald erscheint. Vielen Dank. Vielen Dank.